hey leute hier ist mein name ist rafael und komme zu der taler verlosung ja ich möchte mich schon mal jetzt bedanken dass so viele mitgemacht haben und ja da fangen wir jetzt mal mit dem fünften platz an ja und der fünfte platz ist mit wasabi und sein wird zwar geht ein jude zum bauer da fragt der jude bauer hast du noch arbeit für mich der bauer antwortete tut mir leid wir heizen mit kohle und ja der vierte platz ist fabi 1327 glückwunsch und sein wird zwar zwei fliegen kappeln über einen globus als sie sich zum dritten mal begegnen meint die eine zur anderen wie klein die welt doch ist sehr geil und der dritte platz belegt der freibad freaks und sein willst war sohn sagt mama kennst du das lied atemlos durch die nacht von helena fischer mutter sagt sohn kennst du das kinderheim am ende der straße so der zweite platz wäre dann der tc od zocker und sein wird zwar zwei kartoffeln gehen die treppe hoch sagt die eine wir können doch gar nicht gehen gehen sie wieder runter und der erste platz geht an judo habibi und sein wird zwar polnische fürze raun mir den atem ich bedanke mich schon mal jetzt herz lichter bedanken ne schluss ja der fünfte platz ist so wie viel wasabi glückwunsch du bis 5. platz und ja und den kommentaren so habe ich denn da